FFH TV, Clip-Tipp Dieser Roboter lässt Männerherzen höher schlagen. Wer kennt das nicht? Je heißer der Sommer, desto weiter kommt einem der Weg zum Kühlschrank vor. Doch das ist jetzt vorbei. Durch den Roboter PR2 ist das kühle Bier nur noch einen Mausklick entfernt. Über das Computerprogramm geben sie dem nützlichen Helfer den Befehl zum Bier holen. Auch mit einer Sammelbestellung wird der R2-D2-Vetter spielend fertig. Sobald die Bestellung abgearbeitet ist und der Kühlschrank wieder zu, bringt das Helferlein jedem seine Bestellung. Gesichtserkennung macht's möglich. Es soll erstmal der Hund nachmachen. Zeitung und Pantoffeln holen war gestern. Als krönenden Abschluss kann der neue beste Freund des Menschen die Bierflasche natürlich auch öffnen. Einfach traumhaft, so ein Alleskönner.